So, wir machen jetzt eine Moldau-Tour und essen da zu mir da. Da ist ein schöner Ausflug, wir freuen uns schon. Da gibt es noch lecker, lecker, lecker mit der Essen. Hier oben ist dann die Wurst. Hier ist ein schöner Moldau-Tour, ein lecker Schiffchen. Hier sehen wir die Karlsbrücke und die Burg. In Prag laufen ganz rote Frauen rum. Wo gibt es denn sowas? Ganz rote Frauen gibt es hier in Prag. Habe ich auch noch nie gesehen. Hier sehen wir die Karlsbrücke, das Fahrzeugen von Prag. Wir fahren jetzt mit unserem Bötchen richtig schön unten durch. Die Leute winken alle. So, wir sind jetzt durchgefahren. Eine Moldau-Fahrt muss man auf jeden Fall machen. Das ist ganz wichtig. Ich bin der Hubert. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit meinen Videos. Und immer unten auf Gefällt mir drücken, dann seht ihr auch weitere Videos. Viel Spaß mit meinen Videos und bis zum nächsten. Ciao! Wir machen noch jede Menge hier in Prag. Ihr werdet noch einiges sehen. Was wir hier noch sehen können. Hier sind wir lauter Schwäne. Hier fahren wir jetzt von der Brücke wieder weg, Richtung Anlegesteck und dann machen wir die Burg in den Ausflug. Der Hauptplatz, der schönste in der Altstadt, in die Babisestraße, die wirkt aus wie Luxusweiler von Braag aus und wenn sie lange einkaufen gehen wollen, dann sind die besten Geschäfte hier hinter dem Hotel Intercontinental und auch das war bis zu den 90er Jahren das beste Hotel von Braag. Es sind unter hier noch Michael Jackson oder George Bush Senior. Inzwischen gibt es, wie Sie ja sicherlich wissen, im Bereich der Kirche in dem Intercontinental häufig Gäste, die sich vielleicht näher ausfüllen. Statt für ein Viertel Anton Lohen, das ist direkt hier um das Hotel Intercontinental. Spirier bei den Vielen Dank. 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 Vielen Dank.